Was passiert, wenn Sie eine Bestellung aufgegeben haben? Wenn Sie bei uns bestellen, erhalten Sie sofort eine Auftragsbestätigung mit der Rechnung. Jetzt kann sich unser Planer an die Arbeit machen und die Lieferung planen. Der Planer versucht, eine optimale Route zu erstellen, damit wir so effizient wie möglich fahren können. Innerhalb von einem Werktag erhalten Sie eine Planungs-E-Mail mit einem Vorschlag für den Liefertermin. Wenn Sie nicht zu Hause sind, geben Sie uns bitte Bescheid, wo wir Ihre Bestellung abstellen können. Der Baum wird ein bis zwei Tage vorher für den Transport vorbereitet. Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Zeitfenster sowie einen Link zur Live-Sendungsverfolgung. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Bestellung haben, kontaktieren Sie uns bitte. Untertitelung. BR 2018